Soll ich in der Situation sagen? Das ist so okay. Jetzt kommt das A. Wo ist das? Das ist das G. E. Dann kommt das A. Übrigens hier in der Oktave. Ich glaube, ich kann Oktaben greifen. Das ist gar kein A Das ist auch kein A Das ist das A Das ist das A Das ist doch ein A Und das ist doch die Oktave So Uuuu Ich spiel nochmal den Anfang Und jetzt die Oktave nach oben botschen Das ist ja auch ein A Das ist doch ein A Das ist doch ein A Das ist doch ein A Boah Boah Das ganze endet auf ein G Das ist doch ein A Und die Oktave Da war ich hier noch so viel, habe ich hier noch. Wow, look for me, huh, my dear? Wow, look for me, huh? Wow, look for me, huh? Wow, look for me, huh, my dear? Wow, look for me, huh, my dear? Oh, look for me, huh, my dear? Die, 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 du, das sind drei Bs, da habe ich auch keinen Bock drauf. Tochter Zion. Zwei Kreuze kommt, du Heiland der Welt. Das ist auch nicht gut. Ich will was ohne möglichst vorzeichen. Oh Heiland, reiß die Himmel auf. Das sind sechs Strophen, da gibt es viel zu singen. Vielleicht kommt ein Schiff geladen, ich glaube ich mache Oh Heiland, reiß die Himmel auf, ist noch ein Adventslied, das kann man machen. Morgen geht das auch noch, ab dem ersten Weihnachtstag werden nur noch Weihnachtslieder gesungen. Ich bin ja extra zu den Experten gegangen und habe mir deren Weihnachtsliederbuch gesungen. Ich habe es bei Amazon bestellt, zu den Experten gehe ich schon lange nicht mehr dafür. Nur wenn ich höf auf Besuch bin. Genau, genau. Irgendwer hat mir mal gesagt, wenn man so Weihnachtsliederbuch hat und daraus spiegelt, würde man Geld von der Kirche bekommen. Ich halte es für ein absolutes Gericht. So. Das ist geil. Das ist geil. Musik Musik O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, o Schloss und Riegel, Riegel für. Musik Es geht hier um die Geburt Christi und ich sing's nochmal gerade vor. Oh Gott, ein Tau vom Himmel gießt, im Tau herab, o Heiland fließt, ihr Wolken brecht und regnet aus dem König über Jakobs Haus. So kann man eine Geburt und eine Zeugung auch beschreiben. So, sehr weltlich, ist auch schon was älter, ist wahrscheinlich eins von den besseren. Musik Steht doch nicht im Vierflöselteil. Musik Das Problem ist... Musik 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 Musik